Die Ausstattung macht den Preis so ein kleines bisschen. Das fängt an der Lampe an. Was kosten die Lampe allein? Die Lampe allein liegt, glaube ich, bei 369, wenn ich richtig bin. Überleg mal, da ist eine Lupine oder was ist drauf? Das ist die Supernova M99 Mini. Ein Riesenscheinwerfer im Gegensatz zum Namen. Mit Fernlicht und allem drum und dran. Also das ist schon so ziemlich das Edelste, was du am Lenker haben kannst. Kostet um die 5000 Euro, also 5.3 kostet es gerade, wie es hier steht. Das ist sehr beliebt. Ich bin vor kurzem genau so ein Rad gefahren aus China. Kosten in China, also als China-Import immer noch 3,8. Und dann hast du irgendwelche Motorenhersteller, die noch nie einer gehört hat. Fährt aber sehr gut das Rad. Problem ist nur, wenn jetzt mal was dran ist. Anand, glaube ich, heißt der Motorenhersteller. Kennst du den? Nie gehört tatsächlich. Nie gehört, ja. Was ist denn hier für ein Motor drin? Ja, da sind wir ganz klassisch mit dem Bosch CX unterwegs. Also wenn da mal was dran ist, da wartest du wahrscheinlich so drei bis vier Tage, bis du den neuen hast. Das ist ein bisschen leichter in der Pflege. Ja, das Blöde ist, dass der Service für den Bosch CX, den gibt es nur hier in Kaiserslautern, oder? Den kriegst du tatsächlich überall auf der Welt. So langsam war ich sicher. Auf jeden Fall überall in Europa. Jeder Fahrradhändler kennt sich mit Bosch aus, behaupte ich einfach mal. Also ich habe wirklich, also die Chinesen, wenn die was Gutes bauen sollen, also sprich mit ordentlichen Komponenten, also die haben wirklich, haben alles reingesteckt in das Rad, was es gab, dann hat es am Schluss 3,9 gekostet, Liste. Und da siehst du, sobald die anfangen, keinen Schrott einzubauen, dann geht das direkt in die Richtung hier. Ja klar, irgendwo ist es letzten Endes immer die Summe der Teile und der Lohn von den Leuten, die sie zusammengeschraubt haben. Also ja, weiß ich gar nicht, ob ich da den unbedingt allergünstigsten Preis haben möchte, ob ich da das richtig unterstütze. Mal gucken. Also wir haben eigentlich ein Mountainbike, oder? Das ist ein Mountainbike mit Vollausstattung. Genau, also da sieht man schon, das Bike kommt absolut von der DNA her aus dem Mountainbike-Bereich und dann ist die Ausstattung dazugekommen. Sieht tatsächlich den E-Inceptions, den Mountainbikes, den klassischen von Stevens sehr, sehr ähnlich. Eigentlich sind nur die Pläsche dazugekommen und Gepäckträger und die Lampen. Ja, zwei Profis, Tobi, stelle ich mal vor, was hast du gelernt? Ich bin gelernter Historiker, mittlerweile aber schon länger in der Fahrradbranche, verkauft Büro, Werkstatt. Das hat dir ja auch geholfen, ja. Du hast sogar die Historie, wir haben uns eben darüber unterhalten, über das Saarland hauptsächlich gelernt. Und du bist Saarländer. Ich bin Saarländer tatsächlich und habe auch über die Grafschaft Saarbrücken am meisten geforscht, das stimmt. Ja, das Saarland ist schön, du kommst aus dem Saarland. Du bist der Lucien. Was macht ihr hier in der Pfalz eigentlich? Ja, wir verkaufen hier Räder, reparieren Räder, Zubehör. Wie du in die Pfalz gekommen bist als Saarländer? Also ich bin ja ursprünglich, eigentlich bin ich an Koblenz geboren, in der Eifel aufgewachsen, also so gesehen eigentlich schon Pfälzer. Und zwischen Stopp und Saarland halt, dort halt, ja, auch eine Zeit lang gelebt und jetzt durch den Fahrradladen halt Kaiserslautern. Aber gut, das ist ja alles auch in der Nähe, ist jetzt nicht so weit weg. Du weißt, warum dir die Farbe gut steht hier? Wegen dem neuen Polo-Shirt, was wir haben? Nee. Das ist, weil dein Bart mittlerweile so silbergrau geworden ist, obwohl du ja noch ganz jung bist. Aber wenn du jetzt die Applikationen, ich glaube, das hier ist extrem gefragt. Also das Graue mit dem Schwarz und dem Matt und dem, das ist doch der Deutsche, der liebt doch Farben. Am besten Schwarz. Definitiv. Also es gibt ja so ein kleiner Spruch im Norden Deutschlands, da ist die beliebteste Farbe Schwarz, Hellschwarz und Dunkelschwarz. Hier ist es bei uns schon ein bisschen farbenfroher hier im Südwesten. Aber ich sage mal so, so ein, ja, was ist das hier? Silber, Schwarz, Metallic, das finden die Leute schon richtig gut. Das erinnert mich extrem an Riesemüller hier. Ja, das Bike an sich hat mit Sicherheit auch relativ viel mit so einem Delight von Riesemüller gemeinsam. Also ein ordentliches Trekkenfolie, was da auf der Straße liegt, breite Reifen, Top-Ausstattung. Also die Parallele kommt nicht von ungefähr. Das macht total Spaß, damit zu fahren. Die Steigerung wäre jetzt noch ein Carbon-Riemen, das geht mit dem nicht. Haben die auch von Stevens Carbon? Tatsächlich, in dem Bereich wirst du da nichts finden. Also es ist tatsächlich alles Kettenschaltung. Tut seinen Dienst natürlich auch. Wer da dann das Ganze noch ein bisschen wartungsärmer möchte, der wird dann wahrscheinlich schon beim Delight landen. Okay, aber Preis-Leistung, da ist alles drin. Wir haben ja schon bei der Lampe angefangen. RockShox-Fahrwerk, das ist erhaben. Also wenn das richtig eingestellt ist, dann fährt sich das Ding wie auf Wolken. Definitiv. Also so ein schönes Luftfahrwerk, ein wertiges, ist auf jeden Fall schon richtig viel wert. Gerade wenn du mal in Offroad unterwegs bist und dafür ist das Rad ja irgendwo auch gedacht mit der Bereifung und der Federung. Da ist das richtig bequem. Tobi, guck mal nach, was ich draufpacken darf. Oder kennst du es auswendig? Die Zuladung. 140 Kilo Systemgewicht haben wir tatsächlich. Das Rad dürfte so bei 27 Kilo liegen. Also du darfst 110 Kilo wiegen, offiziell. Genau. Plus Gepäck. Sag mal, hinten der Gepäckträger. Wenn ich den jetzt ausrüste und wenn du das mal gerade belastest, wo geht der denn hin? Ist der, ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, weil beim Fully ist ja alles immer... Ah, okay, ich verstehe. Das heißt, das Blech geht so ein bisschen mit runter. Genau. Die sind ja im Prinzip hingegangen, haben so die E-Inceptions halt geholt und haben dann mit dem Blech, wo sie hier dran geschraubt haben, das siehst du ja hier, das ist ja hier verbunden. Und hier auch, haben die einfach einen Packtaschenhalter dran gemacht. Das heißt, hier muss man auch überlegen, ob das einem reicht, weil das ist jetzt kein Gepäckträger mit so einem klassischen Sinn, wo ich einen Korb reinklicken kann. Auch nicht draufsetzen, glaube ich. Genau. Vorteil ist natürlich von der ganzen Sache, Packtaschenhalter gehen trotzdem seitlich dran, also hier die von Ort lieb. Und die meisten fahren mit dem Rad eh mit Packtaschenhalter oder mit dem Rucksack. Das heißt, aber da gibt es, glaube ich, auch Lösungen, dass man hier so Körbe dran machen kann. Aber Körbe werden sehr selten mittlerweile hier bei so Radrädern gefahren. Ja, der Fahrkomfort vom Fully, es ist schwerer, ganz klar, aber wenn du in der Straße unterwegs bist oder auf Feldwegen und so weiter, das Ding gleitet, das Luftfahrwerk macht es, oder? Ja, also die ganzen Schläge in den Rücken gehen nicht so stark rein, du wirst nicht durchgeschüttelt, das zappelt ja hoch bis in den Nacken und das ist halt schon was ganz anderes. Das ist derjenige, der schon mal eine längere Fahrt im Gelände gemacht hat mit dem Hardtail und dann mit einem Fully, der weiß absolut, was da der Unterschied ist. Ja, es hat wirklich eine Vollausstattung. Guck mal hier, allein das Rockshox-Fahrwerk kannst du ja super anpassen. Die passive Sicherheit ist auch höher, weil das Rad natürlich immer auf dem Boden ist, also auch wenn mal irgendwie ein Schlagloch kommt. Ja, es springt jetzt so rum, das heißt, hier kannst du auch mal die 50, 60 Sachen, den Schotterweg runterfahren, ohne dass es dann jetzt gefährlich wegspringt oder gegen so einen Stein wegrutscht, weil das halt nochmal so weggedämpft wird. Wo du jetzt drauf zeigst, ist ja der Sattel mit der Sattelstütze, das ist auch mega praktisch, das kommt ja eigentlich aus dem Mountainbike her, hat man sich jetzt hier auch geholt, damit einfach die Leute beim Auf- und Einsteigen so eine Einstiegs-Abstiegshilfe haben und zusätzlich noch ein bisschen, wenn es das Terrain ein bisschen ungemütlicher wird, dass sie da so ein bisschen Sicherheit haben, Sattel runter, dann hast du mehr die Chance mit dem Fuß auf den Boden nochmal zu kommen, wenn du abrutschst oder so. Die Schaltung, was ist hier drauf? Da ist eine XT-Schaltung von Shimano drauf, zwölf Gänge, also vom Feinsten, so kann man es sagen, aber auch hier dieser Schutz für das Alu unten bei der Kette ist auch schön ausgeführt von beiden Seiten und was fällt mir noch auf, lass mal kurz schauen, ach hinten die Lampe, die ist ja mega, mach die mal an, die kenne ich, da darf man nicht reingucken. Also die ist so hell, die sieht so unscheinbar aus, aber die geht fast 180 Grad oder sie geht 180 Grad, die ist echt hell. Also an der Seite, das finde ich so cool, du wirst von der Seite auch gesehen. Ja, die strahlt also sehr großzügig überall herum, dass man von der Seite gesehen wird, von hinten und von weiter weg und das ist halt auch so ein Sicherheitsfeature, das braucht man schon, gerade so wenn es so dämmerig wird. Viele fahren ja jetzt auch, wenn es dann schön warm draußen ist, bis 8, 9 Uhr und dann ist es ja jetzt momentan im April trotzdem noch, dass es dann düster wird. So, mach mal bitte Fernlicht, dass man das mal sieht, da war der Fernlichtschalter und das ist, also das Licht muss man definitiv ordentlich justieren, wenn das so hoch steht, dann werden die Leute massiv geblendet. Ja, dann blendest du komplett den Gegenverkehr, aber das kriegt man ganz gut hin, weil man die Lampe hier so ein bisschen verstellen kann und ja, durch das Fernlicht ist man halt schön weit außen und kann alles so überblicken, dass man nicht überrascht wird von irgendeinem Feldhasen oder sonst was. So, die Batterie, Bosch baut ja nur Originalbatterien, ne? Genau, also Bosch funktioniert am besten mit Originalbatterien, es gibt ein paar Produkte, die da auch noch kompatibel sind, aber wenn man die Wahl hat, sollte man doch immer zu Bosch wechseln, weil sich da halt auch die Updates installieren lassen. Aber was ist hier verbaut, Will? 625 Wattstunden, also nicht das absolute Maximum, aber es wäre theoretisch auch möglich mit dem PowerMor noch mal was zuzupacken. So, hier vorne ist das Display, da ist jetzt eine Folie drauf, dann hast du das klassische Remote, da vorne ist die absenkbare Sattelstütze. Also, auch von Shimano, das ist vielleicht auch eine Besonderheit. Genau, also wir sind da relativ hochwertig überall tatsächlich ausgestattet, selbst der Trigger dann von der Sattelstütze Shimano gefällt uns echt gut, dass wir da nicht gespart haben. So, dann darfst du auch das mal rausholen, wir werden jetzt mal Probe fahren. Das ist, glaube ich, ein absoluter Wunsch von ganz, ganz vielen Leuten, denn der Hauptvorteil ist nicht nur, das Licht ist gut, man kann sehr lange fahren, sondern wenn es regnet, bist du nicht komplett versaut. Genau, also die Radschützer, die Schutzbleche sind hier ziemlich breit und gehen auch weit runter, also kannst du dich eigentlich relativ gut drauf verlassen, dass du da halbwegs trocken ankommst. Ja, das ist ein ganz entscheidender Faktor. Also oft ist ja so, es regnet nicht mehr, aber die Straße ist nass und dann siehst du hinten, ungefähr da, wo der Rücken ist, die Wirbelsäule, hast du dann immer so einen schwarzen Streifen. Genau, sehr unschön, wenn du da noch auf Arbeit musst. Das läuft dann irgendwann mal in die Unterhose rein. Ja. So, jetzt, was machst du denn gerade? Ich fahr. Nee, fahr, darfst fahren. Mal losfahren und Bosch Performance CX ist der stärkste Motor. Da sollte man aber ganz klare Empfehlung von euch, man sollte auf keinen Fall schaltfaul sein, weil wenn man hier auf Turbo schaltet, nicht schaltet, den längsten Gang reinmacht, also das kleinste Ritzel benutzt, dann ist das Ritzel schnell kaputt. Genau, also das haben wir tatsächlich auch schon ein paar Mal gesehen, dass Leute lang nicht mit dem Fahrrad gefahren sind, dann wieder mit dem E-Bike eingestiegen sind und dann den Motor so cool fanden, dass sie nur im Turbo unterwegs waren und da sollst du dann auch schon mal die Schaltung benutzen, sonst geht auch mal ein Kettenplatz über. Also viel schalten, die Kette auch mal reinigen, dein Tipp ist öfter mal ölen. Auf jeden Fall, also es macht dem Rad überhaupt nichts, wenn es ein bisschen gepflegt wird und wenn die Kette komplett sandig ist und trocken, dann hält es natürlich nicht so lang. Wenn es schön sauber und geölt ist. Was ist denn dein Trick, dass man das Schaltwerk, damit das nicht so zusuppt? Also es ist ja oft so, dann kommt da Sand rein und so weiter, dass man das nochmal sauber kriegt. Kann man das mit Bremsenreiniger am besten nicht, oder? Ne, würde ich tatsächlich nicht machen. Es gibt tatsächlich ganz klassischen Entfetter, den man dafür gut nehmen kann. Natürlich auch physisch einfach mal sauber machen, an die Schaltröllchen mal mit dem Schraubenzieher ran und so Geschichten. Aber es gibt auch tatsächlich einfach Entfetter, der ziemlich gut funktioniert, musst du dann einmal dann auch hinterher abspülen. Und dann komplett neu einhöhlen. So, jetzt ist hier vorne so ein kleiner Hebel. Was kann der eigentlich an der Schaltung? Da kannst du die Kettenspannung ein kleines bisschen erhöhen. Der Shadowhebel von Shimano ist tatsächlich nur minimal, aber führt dazu, dass wenn ich jetzt halt eine Schotterpiste runterknalle mit hoher Geschwindigkeit und dann auch mal nicht optimal schalte oder ein bisschen mitdrehe noch die Kette, dass mir die dann nicht runterfällt, wenn ich sie dann so ein bisschen nachspanne. Okay, das passiert eh selten. Alles ist relativ günstig. Also auch hier die Kette, das Ritzelpaket und so weiter, aber auch das Schaltauge, das kostet nicht die Welt, oder? Ne, das Schaltauge kostet glaube ich 16 Euro. Das ist ja so die klassische Säubruchstelle, wo das teure Schaltwerk dann dranhängt. Ja, das ist schnell getauscht. So, und siehst du hier oben, was ist hier oben? Ist das ein USB-Anschluss hier? Ja, USB-C. Das ist typisch Stevens-mäßig, kannst du dein Handy schön aufladen. Also kannst du hier eine Handyhalterung reinmachen. Gibt es ja tolle Halterungen, die auch nochmal entsprechend entkoppelt sind. Und da siehst du zum Beispiel ein iPhone, kannst du reinmachen in so eine Art Gummimantel. Genau, so eine Kralle, wo das dann so reinschubst. Das ist dann wie so ein Oktopus, der dann sich so festsetzt. Und dann hast du die Handyhalterung, wo du dann schön dich navigieren lassen kannst. Gibt es aber auch hier, wo man dann schnipp-schnapp das Smartphone-Crip dran machen kann. Haben wir sogar auch hier, das kostet 49 Euro. Dann kannst du hier an die Halterung ohne Umbau in der Werkstatt dir den Smartphone-Crip drauf machen. Packst dein Handy so drauf und dann wird das auch noch abgeladen, induktiv. Cool. Also wer ist denn? Also der Trend geht ja, also früher war es ja so, noch vor 5, 6 Jahren, da musste alles ziemlich dick sein. Es musste sichtbar sein, dass es ein Mountainbike ist, ein E-Bike ist. Ja, hier ist es jetzt so, ist schon sichtbar, dass ein E-Bike ist, aber trotzdem doch sehr reduziert. Du kannst durch den Rahmen schön durchgucken. Da sind überall Schrauben dran, dass du was erweitern kannst. Zum Beispiel ein Range Extender oder einfach eine Flasche. Genau, also Flaschenhalter bekommen wir hier auch rein. Bei den größeren Rahmen sogar bis 700 Milliliter ohne Probleme. Bei den kleineren Rahmen muss man gucken, ob man vielleicht so 600 reinbringt. Aber es ist auf jeden Fall noch für alles Platz. So, ein Schloss ist auch ganz cool. Ja, Bosch Performance CX. Meinst du, kommt jetzt irgendwie mal der CX hoch zwei oder so irgendwas? Oder ist das Ding jetzt auskonstruiert? Also ehrlicherweise ist es ziemlich auskonstruiert. Ich kann mir schon vorstellen, dass es noch ein paar optische Updates gibt und ein paar Spielereien, die dazukommen. Aber das Rad wird nicht mehr neu erfunden. Da bist du tatsächlich so leistungsmäßig jetzt in einem Bereich unterwegs, wo sich echt nur noch Nuancen ändern können. Weil irgendwann, wie viel Newtonmeter willst du haben? 120 bringt dann ja auch nichts mehr. Ich glaube, das Gewicht ist auch sehr leicht mittlerweile. Hier vorne siehst du den Motor. Wenn du es mal schräg hältst, bitte, Lucien. Da kann man es sehen. Also das ist die ganze Motoreinheit. Da drüber ist die Federung, die Ladebuchse ist da drunter. Sag mal bitte. Das Ladegerät, was für ein Ladegerät ist denn dabei? Das Schnellladegerät? 4 Ampere. Also schneller ist er momentan nicht mit dem smarten System. Gott, also das siehst du. Und hinten sagst du, da passt eine Tasche drauf. Wenn du mal zeigst, bitte, mit der verstellbaren Sattelschütze, wie das funktioniert. Ich sehe schon, da ist ein hochwertiger Sattel drauf. Ja, Fitzig ist da tatsächlich der Erstausstatter. Die sind für viele Leute schon richtig bequem. Also gerade so im Bereich 9 bis 12 Zentimeter Sitzknochenabstand lässt sich der sehr gut fahren. Wenn es dann breiter wird, muss man dann doch mal nachmessen, ob es der passende ist. Aber für einen Erstausstatter-Sattel tatsächlich sehr edel. Edel, ja. Und lange funktionell. Ja, hier sind wir. Stevens. Das Ganze heißt E-Inception TR 7.6.1. Kostet 5.300 Euro und ist natürlich erhältlich in der Bundesrepublik Deutschland. Nur bei Konrad in Kaiserslautern, ist ja klar. Obwohl es aus Hamburg kommt, gibt es ja keinen Händler in Hamburg eigentlich. Nee, die brauchen tatsächlich uns. Ja, genau. Also gibt es nur in Kaiserslautern. Nee, Spaß, weil da gibt es natürlich überall. Aber Leute kommen von weit her. Habt ihr viele Modelle da? Habt ihr das in diversen Größen? Also das haben wir momentan tatsächlich in allen Größen da. Das bestellen wir auch recht ordentlich, weil es sehr beliebt ist. Also es ist ja quasi eine Neuauflage vom Vorgänger. Und da sind wir auch froh, je länger das läuft, umso besser. Also ein Fully in einer ordentlichen Farbe, nämlich keine. In Grau. Ja, ist ja auch so. Viele wollen ja dann nicht so, was weiß ich, blau und sehr auffällig und so weiter. Sondern die wollen es sehr dezent. Und das ist ja hier gelungen. Genau. Das ist halt einfach ein schlichtes Rad, was aber trotzdem nicht komplett nur schwarz ist, sondern so ein paar Akzente noch hat. Was ich bei dem Rad besonders cool finde, ist die Überstandshöhe, die ist sehr niedrig hier. Das heißt, man kann schön drüber stehen, weil das Oberrohr stark ab... Geh mal drauf, dann kann man es mal zeigen. Und so, man schrägt es ja leicht an, dass du drauf kommst. So, jetzt gehst du drauf. Und dann, wenn du stehst an der Ampel, du tust dir den Allerwertesten nicht weh. Genau. Und es ist ein 20 Zoller, also ein großer Rahmen. Und ich komme trotzdem nicht dran. Und ich würde normalerweise ein 18er fahren, also ein M-Rahmen mit knapp 1,80, 1,79. Und hier bin ich bei einem 20er-Rahmen. Und die Stevens-Rahmen fallen relativ groß aus. Sag mal, Manline-Wifeline-Version gibt es hier nicht mehr. Das heißt, das ist unisex. Genau, das ist unisex. Und gerade deshalb ist das natürlich umso besser, wenn das Oberrohr stark abgesenkt ist, kommt halt jeder easy drüber. Und? Und? Das Rad ist ja jetzt die neue Auflage, ne? Und der hat, das Rad ist trotzdem, obwohl es das Best-3-System ist, ist es von 5,7, wie es früher gekostet hat, jetzt auf 5,290. Also von 5,7 auf 5,3. Es ist einfach 400 Euro günstiger geworden, obwohl es das neue System hat. Gut, die Containerpreise sind jetzt wirklich, ich glaube, kosten nur ein Zehntel. Also von dem, was sie mal gekostet haben. Ich glaube, die sind jetzt an den Ursprung, wie es früher vor Corona war, wo das so hochgeschnellt ist. Also das ist, die Kosten sind jetzt wieder auf einem halbwegs normalen Niveau. Das heißt, dementsprechend sind die Räder jetzt auch mal nochmal ein paar Prozent günstiger geworden durch die ganzen Entstehungskosten. Ja, wo hat man das denn? Ja, danke, Konrad, das Ganze hier in Kaiserslautern. Ihr habt ja gesagt, hier zeigt mal unser schönes, denkmalgeschütztes Gebäude. Da ist es mitten in der Fußgängerzone oder kurz davor in der Glockenstraße in Kaiserslautern, 17. April, zusammen mit Tobi und Lucien. Tschüss. Ciao. Ciao.